Herzlich willkommen meine lieben Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr sehr sehr gut Coins machen könnt Freunde, in was ich investiert habe. Das werde ich euch heute hier zeigen. Ihr seht es, wir haben mittlerweile die 6 Millionen Coins Marke geknackt, was auf jeden Fall sehr sehr nice ist. Wir machen ja jedes Jahr um die 100 Millionen Coins, deswegen wenn ihr neu hier seid Freunde, lasst ihr sie gerne einen Daumen hoch da, lasst ihr sie gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir rein, ab geht's. Und ihr schaut noch sehr sehr gerne bei meinem neuen Partner vorbei, mit dem Rabattcode Alex96. Bekommt ihr auch nochmal sehr sehr gute Rabatte. Erster Link der Videobeschreibung. Ja Freunde, wir fangen mit einer Low Budget Methode an. Für die, die noch nicht so viele Münzen haben, hier könnt ihr eure Coins wahrscheinlich verdoppeln ungefähr. Man muss sagen, es kommen wahrscheinlich diese 75 Plus Upgrades wieder, wovon ich sehr sehr stark ausgehe. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch einen Gold-Nonware-Spieler, Innenverteidiger und Stürmer zwischen 4 und 500 erbietet und die einfach im Verein behaltet. Ihr könnt die auch schon zwischenzeitlich einfach überteuert auf die Liste packen. Wie gesagt, dass ihr hier dann auf jeden guten, das heißt Top-Nation oder Top-Liga eure 500 drauf bietet oder ihr könnt auch auf etwas schlechter, ich sage mal jetzt hier, sowas könnt ihr natürlich auch 400 bieten. Aber er hier wäre jetzt natürlich ein Vorzeigespieler, wo ich jetzt sage, hier würde ich sehr sehr gerne 500 drauf bieten, hier würde ich 500 drauf bieten, ist Serie A, hier würde ich 500 drauf bieten. Dann bietet ihr einfach auf die Top-Spieler 500. Wie gesagt, die werden dann safe auf 1K steigen und ich habe die auch schon auf meiner Liste. Aktuell zeige ich euch auch gleich noch die Verkäufe. Also ihr könnt die, wenn ihr die für 4-500 einkauft, schon direkt für 8-900 Euro auf eure Liste packen. Und auch hier, ihr holt euch natürlich die guten Nationen. Ihr seht das hier, die sind sehr sehr günstig. Wer jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Million oder so, will eine Million hier reinklopfen, du kannst natürlich auch einfach ein bisschen risikoreich, du kaufst einfach alles, was du für 400 bekommst. Und du siehst, es gibt einiges. Es kann natürlich sein, dass heute Abend oder morgen diese SPC kommt und auf einmal kosten die wieder 8-900 die Stürmer, wenn die das wieder mit Stürmer und ZOM machen. Und du nimmst dir die hier einfach alle mit. Gerade hier so einen, den kriegst du natürlich dann für einiges mehr weg. Der wird wahrscheinlich jetzt schon für über 1K gehen. 1K kostet er ungefähr. Also da kannst du eigentlich jeden mitnehmen für 400. Dasselbe mit den Innenverteidiger. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt das, dass die für diese Preise auch weggehen, wenn ihr die jetzt zwischenzeitlich schon auf eurer Liste habt. Ihr seht das hier, wie gesagt, ich habe hier einige schon verkauft. 900, 850. So gehen die ungefähr weg. Ja, hier haben wir noch. Hier haben wir sogar den hier, der kostet 400. Also selbst der wurde für 800 gekauft. Und hier noch eine Positionskarte. Also selbst die schlechtesten gehen für 7, 8, 900 weg. Und wie gesagt, da ist noch nicht mal die SPC da draußen. Wenn die SPC draußen ist, werden die safe 1K kosten. Deswegen nehmt ihr euch die mit für 4, 500. Macht ihr gar nichts verkehrt. Und ja, Freunde, wir kommen zur nächsten Methoden. Und ihr seht das schon mit dem guten Foden. Der kriegt wahrscheinlich wieder ein Inform. Ist wieder so ein Kandidat, der auf jeden Fall Inform bekommen kann. Ihr seht das hier. Ich habe ihn schon viermal verkauft. Ich habe ihn zehnmal gekauft. Und habe ihn einfach UV auf der Liste laufen lassen. Wir müssen jetzt hier über Team kaufen. Ich zeige euch das, wie ich mir die Fodens immer kaufe. Der kostet so 4K. Und wenn ihr diese Spieler natürlich kauft, immer schon zwischenzeitlich auf der UV-Liste laufen lassen. Wie gesagt, Foden, könnt ihr nichts verkehrt machen. Kriegt ihr um die 4K. Ihr seht, ich habe den für immer 1, 5 Aufpreis ungefähr verkauft. Also so 4K könnt ihr den, glaube ich, ungefähr kaufen. Ja, 4, 4. Also wie gesagt, ist jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Der war bei 5, 2, 3, 4, 2, so. Ist jetzt wieder ein bisschen hoch. Aber wenn ihr es snipet, kriegt ihr noch öfters mal für 4. Klar, ihr seht das hier. 4, 3, nehmt ihr euch mit. Und das stelle ich natürlich so für 1K bis 1, 5 mehr drauf. Und ihr habt das gesehen. Ich habe mir 10 Fodens geholt. Und da waren schon 4 Stück direkt wieder weg. Ihr habt das gesehen. Und wie gesagt, ich gucke, dass ich mit dieser Karte mindestens dann 1K pro Karte mache. Auch hier könnt ihr rein investieren. Wie gesagt, dasselbe Prinzip wie immer mit den Spielern, die Inform kriegen. Mittwochmittag. Ich sage das extra wieder. Mittwochmittag müsst ihr diese Spieler auscashen. Wenn ihr das Spiel dann nicht auscashen, kann es sein, dass diese Spieler sehr, sehr dick fallen, wenn sie keinen Inform kriegen. Deswegen bis Mittwochmittag auf jeden Fall 15, 16 Uhr spätestens auscashen. Eher früher, umso besser. Also ihr solltet, wie gesagt, zwischen 12 und 16 Uhr. Ich denke mal, das jetzt hier, habe ich jetzt hier oft genug erwähnt. Weil die letzten Male gab es da immer Missverständnisse, dass diese Spieler nicht verkauft wurden von ein paar. Und deswegen sage ich das jetzt hier extra öfters. Wie gesagt, mit Foden könnt ihr das machen. Mit wem könnt ihr das noch machen? Alaba, sehr, sehr gute Karte. Zeige ich euch natürlich auch noch. Könnt ihr euch auch mitnehmen. Kriegt ihr für um die 2.500, sogar billiger. 2.200 kostet er, glaube ich. Gucken wir mal, Alaba. 2.200 war auf jeden Fall ja mit Anker sogar perfekt. Nehmen wir uns sehr, sehr gerne mit. Machen wir auch einen 1.000-Dollar-Aufpreis. Machen wir hier 3.400 einfach. Dann geht das klar. Wie gesagt, Alaba könnt ihr euch auch problemlos mitnehmen. Für 2.200, 2.300 machst du hier nichts verkehrt. Wie gesagt, guckt immer, ob ihr die Spieler mit Chemistry-Style bekommt. Oder deutlich günstiger. Wie gesagt, ihr könnt hier immer diese Spieler relativ einfach snipen. Nächste Karte, mit der das auch gut gehen kann, ist der gute Upamecano. Auch eine sehr, sehr gute Karte. Hat zwei Vorlagen gemacht als Verteidiger. Sollte eigentlich safe sein. Okay, ist anscheinend ein bisschen schon angestiegen, der gute Upamecano. Er ist auf jeden Fall, ja, wenn ihr, könnt ihr wahrscheinlich so auch um die 4K snipen. Gehe ich schon mal von aus. Ein bisschen schnell snipet, wie gesagt, Freunde. Und auch hier immer 1K Aufpreis. Okay, Anker nehmen wir jetzt mal mit. Immer 1K Aufpreis. Ihr könnt auch mehr machen, auch ein bisschen weniger. Wie gesagt, so, dass ihr halt zufrieden seid, wenn diese Karten weggehen. Die werden, wie gesagt, ein bisschen ansteigen. Dadurch, dass die natürlich in die ganzen Team of the Week Predictions reingehauen werden. Diese Spieler ist ja klar. So, Freunde. Eine Karte, die ihr euch auch noch mitnehmen könnt. Aus zwei Prinzipien sogar. Tadic könnt ihr euch mitnehmen. Für 1.4. Es kommt ja eh wahrscheinlich eine garantierte Inform-SBC. Da könnte der Tadic erstens interessant sein. Zudem könnte der auch ein Inform bekommen. Okay, Tadic ist schon gut angestiegen. 1.6. Versucht den so für 1.4. 1.5 zu erbieten. Mehr würde ich für ihn nicht bezahlen. Ist auch das letzte Mal bei der Team of the Week Prediction, wo er drin war. So auf 1.8.1.9 gestiegen. Wie gesagt, da machst du jetzt nicht die Millionen Coins, aber du machst pro Karte deine 300, 400 Coins. Kannst du easy mitnehmen. Machst du auch nichts verkehrt. Selbe Prinzip ist auch mit Volland. Ihr könnt eh jeden 83er aktuell für 800 mitnehmen. Ich gehe mal davon aus, wenn dieses Inform-Pack kommt, ja, wie hoch werden die 83er steigen? Die werden nicht jetzt besonders arg steigen. Also hier für 850. Wer jetzt Platz hat, nimmt die sich alle mit. Für 850 machst du gar nichts verkehrt. Ich habe den halt schon im Verein. Sonst würde ich jetzt auch einmal kaufen. Nehmt den mit. Und wie gesagt, kommt das Inform-Pack, werden die Save auf 1.000er. Sogar, wenn das Inform-Pack kommt, sehe ich einen Save bei so 1.1.1.2. Wie gesagt, da ist jetzt auch nicht die Welt, aber wenn ihr natürlich ein paar 183er kauft, dann lohnt sich das natürlich schon. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Viele werden jetzt fragen, okay, wo hast du deine meisten Coins reingesteckt? Zeige ich euch jetzt, Freunde. Zeige ich euch natürlich gerne. Wie gesagt, ihr seht das hier, haben wir sogar noch 45 Objekte hier liegen. Und ja, ich bin in den Guendouzi gegangen. Warum bin ich in den Guendouzi gegangen? Sage ich euch jetzt. Wie gesagt, ich habe 320, 330 Guendouzi-Skoll. Also für 3,5 Millionen habe ich auf jeden Fall den Guendouzi gekauft. Warum habe ich ihn geholt? Ist relativ einfach. In der französischen Liga ist jeder spielbare Inform sehr, sehr gut angestiegen. Ein Lafont ist von 10k auf 16k gegangen. Dieser Chumeni ist von 10k auf 30k gestiegen. Und sind wir ehrlich, diese Karte ist nicht schlecht. Zudem haben wir noch einen Perfect Link mit ihm zu Amavi. Ich erhoffe mir hier pro Karte, dass er wenigstens auf 13, 14k steigt. Sollte das sein, dass er auf 13k steigt, mache ich eine Million Gewinn mit dem Guendouzi. Wie gesagt, er sollte so oder so steigen, weil viele werden am Donnerstag wahrscheinlich ihn hier ziehen. Hat einen Perfect Link. Wie gesagt, selbe Nation, selbe Liga. Kannst du sehr, sehr gut einbauen. Und wir können ja mal schauen. Ich zeige euch das Prinzip jetzt nochmal, warum ich reingegangen bin. Alle französischen Spieler aus der Ligue 1, alle Informs besser gesagt, sind sehr, sehr teuer. Wird wahrscheinlich jetzt hier nur Guendouzi kommen. Wie gesagt, wenn ihr das hier noch seht und die noch bei 10, 2, 5 sind, Freunde, nehmt ihr euch die einfach mit. Wie gesagt, ich habe jetzt eh nicht mehr viele Coins. Aber die werden schon aufgekauft. Ihr seht das hier hauptsächlich von mir aktuell. Aber wie gesagt, da könnt ihr nichts verkehrt machen für den Preis. Ist ein 81er. Ein paar Kramaric, das habe ich auch mitgenommen. Habe ich aber nur 20 Stück so für 11k bekommen. Pofana war auch mal bei 10k. Ist jetzt auch bei 13, 12, okay. Auch nicht so krass hochgegangen. Aber wie gesagt, selbst wenn Guendouzi nur auf 12k geht, was er mindestens geben wird, macht man da seinen guten Gewinn, Freunde. Da macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr euch den gönnt. Und wie gesagt, ich habe jetzt 350 geholt. Es muss nur eine Partypack SPC kommen. Oder wie gesagt, diese wiederholbare Inform-Change. Wenn du da einen Inform brauchst mit ein bisschen Rating, dann selbst dann kriegst du die wahrscheinlich für 12, 13k locker easy weg. Deswegen machst du nichts verkehrt mit den Abstoß-Informs. Zudem ist er auf jeden Fall nicht schlecht spielbar. Wenn man diese Karte hier anschaut, Freunde, wie gesagt, da machst du gar nichts verkehrt. Ranzose, gut spielbar. Meiner Meinung nach mit diesem Chumeni das Einzige, was du im ZM spielen kannst. Und ich zeige euch hier den Lafront, wie gesagt. Den habe ich mir damals auch geholt für 10.000. Ihr seht, mittlerweile 150 Spiele mit dem gemacht. Aber ja, den hast du damals für 10k geholt. Der kostet jetzt 16k. Wie gesagt, wenn der Guendouzi auf 12k steigt, mache ich so 600-700k Gewinn. Nehme ich gerne mit. Wenn er höher steigt, ist es natürlich Bonus, Freunde, wie gesagt. Das wäre mit diesem Trading Video gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es dir gerne in die Kommentare. Gebt es dir gerne einen Daumen nach oben. Lasst ihr dir gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bin ich heute raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao, ober. Bis die Tage, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.